Ponte Acapiano ist ein Ortsteil von Fuchrecchio in der metropoliten Stadt Florenz, Region Toskana in Italien. Geografie Er liegt 3,7 Kilometer nordwestlich des Hauptortes Fuchrecchio und 39 Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Florenz an der Via Franzigena nach Alto Paschio bei 18 Höhenmetern. Durch den Ort fließt der Kanal Ushana, der später südlich von Ponte Acapiano in den Arno mündet. Geschichte Erstmals dokumentiert wurde der Ort 766 von dem Erzbischof von Luca, der hier die heute nicht mehr existente Pieve di Capiano erwähnte. Dokumentiert wurde der Ort zudem als Aquanigra von Siegerich der Ernste auf seinem Weg von Rom nach Canterbury im Jahre 994. Der Name der Schwarzes Wasser bezieht sich auf die Farbe des Kanales, der die Wasser der Sümpfe von Fuchrecchio zur Arno mündung bei Pontedera. Zu dieser Zeit schien schon eine erste Brücke über den Ushana vorhanden gewesen zu sein. Kurze Zeit später wurde diese ausgebaut und mit einer Mühle versehen. Daneben entstand ein von den Cavalieri-Hospedali-Ri di Alto Paschio geführtes Pilgerhospital. Die Abtei Badia Valombrosana entstand im 12. Jahrhundert und existierte bis ins 18. Jahrhundert. 1266 wurde der Ort durch Pisa eingenommen und kurze Zeit später durch Luca. 1281 unterwarf der Ort sich Fuchrecchio. Seit 1309 ist er Ortsteil. Die Brücke wurde 1325 durch Truppen aus Luca zerstört und durch die Fiorentina wieder aufgebaut. Die heutige Brücke entstand von Februar 1550 bis April 1551 auf Betreiben von Cosimo i. Didi Medici. Als Architekten und Hydrauliker waren Davide Fortini und Nicolo Pericoli verantwortlich. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke erheblich beschädigt. Die vollständige Restaurierung fand erst im Jahr 2000 statt. Sehenswürdigkeiten. Ponte Mediceo befestigte Brücke über den Uschana-Kanal, via la Palagina-Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit italienischem Garten.